Kommt schon! Attacke! Bögen unsere Ersatzbeschäden! Vankano Hein! Lees Goeys Vilegne! Schauen wie sie es bringt. Es hat sich viel gebracht. Yes! Eure Zeit ist um! Auf in den Kampf, Mäste! Kämpft ohne Furcht! Abstand greifen! Schärft eure Schwerte! Komm schnell! Aua! Aua! Nichts kann uns aufhalten! Jetzt tun wir die anderen auch noch dazu, weil das brauchen wir jetzt. Ers Soldaten! Macht euch Kampfbereit! Lasst keinen Stein auf dem anderen! Vernichtet alle Gebäude und Bruben dieses verfluchten Orts! Ja hier, mache ich eh keine Sorgen, keine Sorgen, machen! Und werfen die Verstärkung? Könnt die langsam echt brauchen? Wie sie brüllen, er schießt sie! Schnell Leute! Vernichtet sie alle! Hallo, Angriff aus dem Beude! Sie müssen den Ort vernichten! So, jetzt haben wir den 10. E-Ziel, du! Holy shit! Hit the mo, Rooney! Das sind viele! Jetzt kriege ich die ganzen Orgien, ne? Schärft eure Schwerter! Oh, ne! Oh, ne! Keine Sorge, Heere sind schon da! Nein, seit heute ist das Video vom Film auch drin! Was war das denn jetzt? Okay, das war jetzt erst der Anfang, oder was? Das sind aber jetzt nicht so viele wie erwartet, ich hätte mehr erwartet, irgendwie. Fallt nicht zurück! Das könnte auch gut eine Falle sein, aber... Es wird eindeutig eine Falle sein. Clear all outposts, ne, da habe ich jetzt gerade keine Bock drauf, das wird viel aufwarten, sonst. Außer es wird eh automatisch passieren. Ich muss das Video wieder dahin hauen. Ich muss das Video wieder dahin hauen. Ich muss das Video wieder dahin hauen. Einmal refreshen. Alle auf den Troll, alle auf den Troll! Da kommt noch mehr! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Wie soll ich denn das jetzt machen? Die Base hole ich mir später wieder. Das geht schon. Das halte ich schon aus. Wir müssen bloß die Trolle hier mal vernichten. Den auch nochmal vernichten, komm schon. Das ist ganz schön eng hier. Da stehen auch noch viele. Die haben es irgendwie nur aufs Dorf abgesehen, da unten die. Da oben kommen noch mehr. Alter. Aber ich habe irgendwo noch Druck gestehen. Wir müssen unsere Fliemers verteidigen. Geid noch! Höft ihn nieder! Niemals wird das Böse dieser Welt der Kreatur! Bleibt dieser scheiße Mäßchen zurück! Halt's! Oh pff! We must win! None can face Saurons wrath if we fail! Wenigstens ist es den Wurscht, dass ich es immer wieder aufbauen. Ich habe den Luko laufen. Alter! Holy moly! Nichts kann uns aufhalten! Alle mal zurück zum Fortress. Wir werden uns hier verteidigen! Das war jetzt die... Push through to Saurons final. Protect the camp and move up to the slopes of Oridim. Okay! Alter, das ist anstrengend! Lecko mio! Ich schwitze im Kopf! Im Kopf! Nicht auf dem Kopf! Aber wenigstens halten sich die Einheiten immer wieder. Das könnte mir helfen, dass ich überlebe. Haben wir bei ihm dann wieder... Ja, das haben wir ja. Aber wenn die sich versammeln auf einem Punkt, wenn wir den irgendwo hier vorlocken können, ne? An der engen Stelle. Was hier wahrscheinlich gut passieren könnte. Den Pfeilhagel drauf und dann sind fast alle weg. Ich schick mal kurz. Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen. Und da drauf und da drauf. Und da drauf. Die müssen jetzt alle mal heilen. Das ist jetzt... No! Mit Schweißschlägen! Easy! Nichts kann uns aufhalten! Damit wir Geld... Falls wir nochmal von hinten angegriffen werden, dann tun wir uns damals ganz easy nochmal das Dorf aufbauen. Ganz, ganz easy hier, ne? Da kann ich Spiermans bauen und Warriors. Und da kann ich die Archers hier holen. Und Soldiers. Ihr könnt ja auch gerne rein, ne? Aber ich denke, wir greifen direkt an. Das könnte sonst... Zu lange dauern, oder? Wo war der Weg drüber bei euch? Hier wird... Ich muss hier hin. Wieder auf die Hochfelder hier. Ich wette irgendwie, dass dann Sauron auch gleich aufkreuzt. Aber was ich cool finde, dass überall halt die Meteoren einschlagen. Es ist halt wirklich so wie vor den Pelennor-Feldern. Dass überall was passiert. Auf der Karte ein normaler Kampf zu finden ist bestimmt auch sehr eine interessante Sache. Weil auch die Gefahr ist, dass deine Einheiten halt... Zerstört werden einfach. Da ist ein fucking Tor, wollt ihr mich über... Verarschen. Ich wette, wenn ich da durchgebe, bin ich eingeschlossen. Komm schon! Wir bereiten uns gleich mal hier auf den Anruf vor. Los! Verteilen Jungs! Bögen bereit machen! Bleibt wachsam! Schnell, Elben der Wälder! Alle Mann in Position! Vorwärts! Schärft eure Schwerter! Vorwärts! Die Delegation der Helden... ...soll denen zeigen, dass wir da sind. Zieht eure Waffen, Elben! Wir müssen die Wälder schützen! Zieht eure Waffen, Elben! Wir müssen die Wälder schützen! Wie der Wind! Elbenkrieger! Wie der Wind! Bereit! Komm nach vorne ein bisschen! Wir müssen die Wälder schützen! Rasch! Wie der Wind! Wir müssen vorsichtig sein! Das ist interessant! Ich weise euch den Weg! Fallt nicht zurück! Fallt nicht zurück! Verschont keinen von ihnen! Never survive! All is lost! Dank sie wieder! Verschont sie alle! Wir schützen unsere Heimat! In keinem Aufsau! Ganz mittel-Ehrde hofft auf uns! Anergen! Anergen! Hier füllen die Diener zauern! Anergen! 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 Hör zu! Anergen! Eure Zeit ist um! Bereit! Oh, nein. Nein, nein, nein. Nicht Sauron selber. Holy shit. Jesus, Nassil, du killst Sauron und Lord Sauron. Und die ganzen... Ich kann Shades of Nassil gerade nicht verwendet. Alle Mann in Position. Sieht eure Waffen, Elben. Bereit. Gönnt ihnen keine Rast. Ich trage ich doch die Rast. Eure Zeit ist rum. Bögen unsere Waffen sieben. Positionen halten. Volle Konzentration. Wir werfen sie in den Abgrund zurück. Ich brauche ein Nassil. Sammelt euch, Elben. Besinnt euch auf eure Stärke. Los. Mein Schwert allein ist nicht genug. Feilt nicht zurück. Schnell. Bereit. Nichts kann uns aufhalten. Öl denn unsere Sachen schieben. Ist grad nicht nur, Volk Nassil haben wir auch schon nicht. Man merkt, dass wir Nassil nicht haben. Das ist grad echt unkrieg. Besinnt euch auf eure Stärke. Schärft eure Schwerter. Verschont niemanden. Aua. Er sieht doch. Benutzt ein Nassil, um ihn zu vernichten. Besinnt euch auf eure Stärke. Besinnt euch auf eure Stärke. Ganz Mittelerde hofft auf uns. Nicht in die Heere von den Feinden. Ich glaub, das war jetzt falsch. Die Banner sind zerfetzt. Und die Gefallenen bedecken das Land. Nein. Das ist ungut gewesen. Ich hätte mich doch zurückziehen sollen. Einmal kurz. Oh, scheiße. Ach nee. Oh, fuck. Das ist das Spezialherr dazugekommen auf einmal. Ja. Ganz wissen, wie ich das gewinnen soll. Weiß ich auch noch nicht. Aber es ist sehr, sehr spannend. Vor allem sozusagen in diesen riesigen Maßen zu kämpfen auch. Macht natürlich schon was aus. Ist anstrengend. Aber ja. Vielleicht kämpfe ich mich bis zum Ende nochmal durch. Und dann, äh. Ja. Sehen wir uns wieder auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Wuhu. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.